So, hallo liebe Freundinnen und Freunde, mit dem Öffnen dieses Gatters sind wir wieder hier bei The Walking Dead. Und wir gehen jetzt in den Stall zu Clementine, zu Doug und zu Katja. Geben Clementine ihre Kappe wieder, da wird sie sich aber freuen. Schauen wir uns mal die Kuh an. Hallo, die Kuhkuh durch Clementine oder so. Da ist die Kuh. Da liegt sie auf dem Boden. Sieht ein bisschen kränklich aus, aber man muss ja auch gesagt, dass sie kränklich sein. Aber wir haben ja keine Katja, die Tierärztin. Okay, go ahead. Katja sagt, Mabel könnte ihr ihr Baby heute Abend haben. Ah, die ist schwanger. Easy, Clementine. Was ist das Ding? Danny sagt, es ist ein Saltlick. Yeah, but don't lick it. It's gross. Bleh. Did you lick it? I don't know. Ha. Okay. Gut, wir geben Clementine ihren Hut. Here, Clementine. Hey, Leigh. Hm. Okay. Clem? Do you want to pet the cow with me? Nah, but you go on ahead. She looks skinny. Have I missed anything? No, not really. Hm, it smells funny in here. Like shit, right, Lee? Hey, don't use swear words, okay? Okay. How do you like that cow, Clem? She's pretty. She's really cool. Hello. Hey there, Andy. Yeah? When do you think we might eat? Hungry, huh? Don't worry. Mama's cooking up some good gruff. How's the cow? Well, better now we got Doc on the case. We met this woman up in the woods. She seemed to know your brother. Uh, yeah, he, uh, he probably talks a little more than he ought to. Thanks. Yep. Okay, wir gucken, ob wir noch was mit Andy reden können. Yeah, thanks. Yep. Okay, Gespräch ist vorbei. Ah, Quatsch. Okay, die Dialoge sind hier offensichtlich vorbei. Wir öffnen hier mal die Stalltür. So, so. Ein Leckstein, ein Fenster. I wanna play in the hay. Just stay close to your mom for now. Okay. Das war jetzt Rüdeli. Okay, also wenn wir den Heubern angucken, kommt einfach jedes Mal Duck angelaufen. Dann würde ich sagen, guck mal den Heubern kein drittes Mann an. Sondern wir schauen in den dritten Stall. Kisten von St. John Derry. Empty. Bislang alles eher unauffällig. Bislang einfach ein normaler Stall, sag ich mal. Okay, das sieht schon wieder ein bisschen... Das sieht schon wieder ein bisschen anders aus. Klamotten. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich habe ein sehr, sehr bestimmtes Gefühl, was diese Farm angeht. Vielleicht bin ich aber auch voreingenommen. Wie gesagt, vielleicht bin ich hier auch einfach voreingenommen. Da liegt ein bisschen Holz rum. Just some fence posts. Aber wie gesagt, dieser ähm... Der Dialog eben mit Jolene, die ja von... Dingsbums da erschossen wurde. Hat das Gefühl schon sehr verstärkt. Die Reaktion auf die Videokamera hat das Gefühl sehr verstärkt. Hier diese Klamotten in dem Zaun haben das Gefühl sehr verstärkt. Die auch. Lee, sie schützt etwas hinter dieser Tür. Ich habe eine schnellere Beine. Sie haben eine Boxe, was sie und etwas Klamotten. Ich werde nicht verraten. Es ist mein Job, dass sie verraten, Lee. Ich habe meine ganze Familie auf dieser Farm. Wie geht es dir? Was geht es dir? Ich werde sie nicht verraten. Ich werde sie nicht verraten. Ich werde sie nicht verraten. Ich weiß, dass du. Schau, der Katsche mit dem Katsche. Was ist der Name? Er hat es richtig festgelegt, als wir in. Ich habe definitiv gehört, ein Geräusch, da oben da oben. Was? Mein Punkt ist, wir müssen sicher wissen. Also, geh holen einen Hammer oder etwas. Und ich habe das Ding auf in einen Moment. Du schützt mich auf, in case die Farmers kommen. Hang auf, Mann. Denk das durch. Du schraubst das Lock. Dann, was das, wenn du falsch bist? Du schraubst deine Chance, um ein gutes Essen zu bekommen, von diesen Kindern, die du versuchen zu schützen. Use dein Kopf, Kenny. Alles klar, Professor. Was hast du in mind? Lass mich mal schauen, was wir mit uns beschäftigen. Hey, Lee. Du weißt, wie ein Lock, oder? Nein. Warum würdest du das sagen? Well, du bist, du weißt, urban? Oh, du sagst nicht, was ich denke, du sagst. Jesus, Mann, ich bin aus Florida. Das verrückte Scheiße kommt manchmal aus meinem Kopf. Entschuldigung. Aber war natürlich trotzdem absolut unangebracht von Kenny, um das mal ganz klar zu sagen an der Stelle. Absolut unangebracht. Aber trotzdem will Verzeih nehmen. Der ist halt aufgeregt, der ist hungrig. Aber trotzdem. Alles gut, Andy. Alles gut, mach dir keinen Kopf. Okay, ich habe jetzt nicht so ganz aufgepasst bei dem Dialog. Irgendwas sollen wir machen. Ähm. Okay, wir sollen Andy ablenken, um ihn aus der Scheune zu loggen, dann macht Kenny die Tür auf. Okay, irgendwie schaffen wir das schon. Hey, da, Andy. Ja. Du hast einen Schreiber? Für was? Äh, eh, egal. Danny hat gesagt, er brauchte etwas. Was hat er gesagt? Was? Scheiße, ich... Ich kann mich jetzt nicht erinnern. Entschuldigung. Alles gut, alles gut. Du bist gleich zurück, Doc. Okay, das hat ja besser geklappt, als ich gedacht hätte. Ich habe gedacht, wir müssen jetzt irgendwas riesig Aufwändiges machen. Wir müssen irgendwie nach draußen eine riesen Rapsaktion machen. Aber, äh, wir müssen ihm einfach nur sagen, Danny will was und schon, ähm... Okay. Let's do this. Und schon ist er weg. Ich bin zurück. Ah, okay. Wir müssen ihn doch aufwändiger ablenken. Schade. Hey, da, Andy. Ja? Danny braucht noch etwas. Ah, okay, okay. Ich bin gleich zurück, Doc. Okay, er geht, er geht. Wir müssen uns jetzt rein. So, komm, 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 komm. Sprinten, sprinten, sprinten. Okay. Let's do this. False alarm. Ah, I'm back. Okay, so klappt's offensichtlich nicht. Das ist, ähm... Wenn wir jetzt eben zum dritten Mal sagen, dass, äh, Danny Hilfe braucht, dann... Er klettert uns entweder für bescheuert... Oder aber... Okay, wir können... Doch. Wir müssen irgendwas hier draußen machen. Dass sie ihn ablenkt, dass er rausgeht... So, how does a woman like yourself run this whole place? Oh, I managed just fine. Plus I have my boys to help out. I couldn't do it without him. Mhm. Vielleicht können wir einfach den Heuhaufen anzünden. Oder auch nicht. Vielleicht können wir den Generator ausschalten. Und das Lenkinawe muss hier wieder anschalten. Ja, sehr gut. Okay, aber reicht ja schon so. Der ist aus. Jetzt können wir zu Danny. Oder zu Andy. Ich verwechsel sie immer. Okay, er schaltet direkt wieder ein. Wir brauchen tatsächlich den Schraubenzieher, um entsprechend dann da diese Dings aufzumachen. Wo kriegen wir jetzt einen Schraubenzieher her? Werkzeugkasten. Hervorragend. Wenn da mal kein Schraubenzieher drin ist, dann weiß ich es aber auch nicht. Wir nehmen einen Multitool. Nehmen wir. Ich werde das für einen Sekunden abholen. Okay, sonst ist da nichts weiter drin. Okay, wir haben jetzt das Multitool. Das heißt, wir können jetzt das Ding hier aufschrauben und können dann tatsächlich hier die Sicherung rausnehmen oder klauen oder was auch immer. Wir öffnen jetzt hier die Abdeckplatte. Mit dem Multitool hervorragend. So was ist wirklich gut zu haben. So was ist wirklich gut. Ich glaube, ich fahre gleich nach der Aufnahme in Baumarkt und kaufe mir ein Multitool. Überlebt mal. Wenn jetzt hier eine Zombie-Apokalypse in der Realität ausbricht, dann habe ich ein Multitool. Aua. Aua. Okay, vielleicht schalten wir es auch vorher aus, ne? So, der Riemen, den machen wir da schön runter. Sehr gut. So, jetzt kommt Andy da aus dem Stall, denkt sich, was zieht ab hier? Da ist er. Okay, das wird ihn länger ablenken. Jetzt können wir schnell in den Stall und können, vor allem, wir haben ja das Multitool jetzt auch, wir können dann schnell entsprechend hinten, jetzt macht er mal ein bisschen hin. Können dann schnell entsprechend da das Ding öffnen. Nutzen das Cutter. So, kommt zum... Zack, zack, zack. Nutzen die Stalltür wieder. Ich habe gerade herausgefunden, nach der achten Aufnahme oder so, dass man hier auf Schippt sprinten kann. So, wir sind wieder im Stall. Was ist denn das für ein Geräusch jetzt? Mom, Dad, Dinnertime! It's Dinnertime! Okay, Honey, let's get that. Dad! Dad! Come on! Let's eat! Kenny, come along, Honey. Kenny, come on. Don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Get that thing off! Sehr gerne. Die gehen jetzt alle schon mal essen, das ist auch gut. Er sagt einfach, wir sind auf Klo oder keine Ahnung was. So, wir schrauben das Ding hier mal auf. Muss ich jetzt jede Schraube hier einzeln? Gibt's doch nicht. Und ich würde bei der vierten Schraube werden wir gestört. Ne, werden wir nicht. Und wir lüften das Geheimnis der Derry-Molkerei. Und es scheint mir exakt das zu sein, was ich befürchtet habe. Eine, äh... Also, mein Verdacht hat sich hiermit sehr, sehr erhärtet. Ich glaube ganz klar, dass sie hier, ähm, ja, Menschen schlachten, auseinandernehmen und essen. Ich glaube wirklich, dass das hier so eine Art von Farm ist. Oh, 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 oh. Brenda, du bist ein Angel. Oh, oh, oh. Weil wenn's einfach eine normale Schlachterei für, irgendwie Wild wäre, so Hasen, Rehe, was weiß ich was, dann, äh, dann, äh, würden die ja nicht so ein Geheimnis darum machen, weil warum sollte man so ein Geheimnis darum machen? Das ist eine Farm. Natürlich werden da Tiere geschlachtet, auch wenn es auch schrecklich ist, dass man Tiere schlachtet zum Essen. Ist genauso schrecklich, aber, ähm, man müsste ja nicht so ein Geheimnis drum machen, ne? Jetzt hab ich mir nicht auch einen zweiten Verdacht und zwar, es fehlt Mark. Freunde und Freunde, ist euch das aufgefallen? Es fehlt Mark. Wo Brenda sich darum kümmern wollte. Bitte, wir gehen nochmal. Oh, hier jemand schreit um Hilfe. Wo schreit hier jemand Hilfe? Irgendjemand hat hier gerade um Hilfe geschrien. Okay, wir wissen, da ist, da sind Mullbinden und, ähm, da sind merkwürdige Kratzer, das scheint so eine Art Geheimtüter dann zu sein, oder? So, wir schleichen weiter die Treppe hoch. Auf der Suche nach dem ist die, oh shit. Hat keiner gehört. weiter geht's, weiter geht's, Komm, 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 komm. Wie gesagt, ich bin mir alle sehr, sehr sicher, was hier in der Dairy-Molkerei passiert. Mark ist definitiv nicht hier oben im Bett. Blutflecken auf dem Boden. Tja, da hat die gute Brenda uns nun angelogen, wa? What do they need so much morphine for? Candles. Smart. I guess someone needed some first aid recently. Musty as hell. Eww, what is this stuff? Looks like a bunch of medical waste in here. So, wir stecken mal hier das Kabel zusammen. Da geht es in einen weiteren Raum offensichtlich. Ich habe auch eine Idee, wie wir da hinkommen. Und zwar glaube ich, dass dieses Bücherregal hier eine versteckte Geheimtür ist. Genau, wir können es mal nicht jetzt drücken. Und komm. Dahinter verbirgt sich eine weitere Tür, in die das Stromkabel führt. Und hier werden wir, glaube ich, Mark finden. Da liegt er. Tod. Mit abgetrennten Wein. Genau das, was wir befürchtet haben. What the hell happened? Brothers. What the hell happened to your legs, man? Don't eat dinner. Genau das, was wir befürchtet haben. Es sind Kannibalen in diesem Haus. So, wir müssen uns beeilen. Höre Eiche Clementine bevor sie isst, das schaffen wir. Komm, mach hinne. Clementine, nein! Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Lee, Jesus, Mann. Hast du etwas gefunden? Oh, schau dich an, Lee. Diese Frau hat dir ein Essen gemacht. Ja, Lee, was hat dich in dir gefallen? Oh, schau dich an, Lee. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Schau dich an die Kinder, Lee. Lee, was ist falsch mit dir? Darf du ihn, Lilly? Es ist immer etwas mit diesem Mann. Mom, ich war das. Ich habe das. Gehen und schau dich. Du findest einen Mann mit beiden Legen. Das ist ein Dairy, nicht ein Ranch. Denkst du das. Das ist wahr. Alles könnte sich gut sein, für dich, Leute. Sie gehen mit so, Sie gehen mit so. Sie gehen mit so, Sie gehen mit so, Sie gehen mit so. Wir müssen uns über leben. Settle dich, lieblich. Growing up in rural Georgia, du bist nicht zu verraten. Das ist wie ich bin, und wie ich meine Mannschaft habe. Jetzt, du hast monsterns herum, die nichts tun, aber zu essen. Und für was? To continue to rot till they eat some more. We think we can put that meat to better use. You're all sick. Sick in the head. Lee, that's not a very nice thing to imply. Andy is right. We go after folks who were gonna die anyways. One way or another. Like y'all. Kenny, get your gun. Kenny, no. Nobody's going anywhere. Hey. We got lots of use for y'all right here. What the fuck? The fucking black fuck. Put your guns down. We're walking out of here. Mommy, I don't want to die. Mommy, what did I eat? Everyone, everything will be okay. Please. I will kill you. Please. Someone. Oh, who? Please. Mies, miese Nummer. Okay, wir sind eingesperrt worden. I will knock the goddamn door down. It was a person. They tried to make us eat a person. But you didn't do it. No. The rest of us did, goddamn it. If you hadn't dragged your feet... Come on, Dad. Now's not the time. You okay, Clementine? They didn't hurt you, did they? Mm-mm. Open up! Lee, those psychos have my family, and we're stuck in a damn meat locker. We gotta get the fuck out of here. This goddamn Thumbsucker was the one who brought us here. Will you all just shut the fuck up? I'm scared. Don't be. It's gonna be okay. Wir regeln das schon. We're gonna find us a way out of here. Richtig, wir schaffen hier einen Weg raus. Wir schaffen das immer. Dad, you're worse than the Walkers. Dad, please. Please settle down. I'll rip your gun. I'll break that damn door down. Dad, you can't get... Ich kriege ja auch noch mit mehr als mal essen. Oh, Gott. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Is he dead? He's not dead! Somebody help me! Fuck. If he's dead... He's not dead! You know what has to happen, Lee. Think about it. You saw that poor bastard at the motel? How fast he turned? What are you saying? Lily, I'm sorry. I truly, truly am. But in a few minutes, we're gonna be stuck in a locked room with a 6 foot 4, 300 pound, seriously pissed off dead guy. Fuck you! We can bring him back! Lee! We'll mourn him later. But right now, we have to keep him from coming back. No! God damn it, Kenny. He is not dead! Oh, man, oh, man, oh, man. We can't kill him if he's not dead, Kenny. You remember how hard it was for you to get that monster off of Katja? And Larry's twice his size. It's him or us. Look, Kenny, back at the drugstore when we all thought Duck was bitten. I gave him the benefit of the doubt. Maybe we should do the same now. That was different. Duck wasn't bitten. But come on! We know this guy's not gonna make it. Remember what Ben said. Gotta destroy the brain. Wo ist er überhaupt genau? Ach ja, der ist im Hotel mit Carly zusammen. God damn it, Lee! I need you! Please help me! Come on, Dad. Come on! Lee! Is he breathing at all? No, no, I don't think so. Okay, let me take over. Keep checking his pulse. Are you stupid? He's gonna turf! You're putting all of us at risk, you son of a bitch! Free! You're fucking worthlessly. Fuck! Oh! Kenny, I'm sorry. What the fuck? I'm so sorry. I just... It had to be done. You don't know that! Yes, I do, Lee. And so do you. How is counting on you, man? I mean, sind wir realistisch? Es ist die richtige Entscheidung gewesen, aber, holy! Holy, holy, holy! Oh, Gott. Und Clementine, oh nein, oh nein, oh nein. Was für eine... schreckliche Situation. Okay. Is it over? Yes, for now. But we still need to find a way out of here. Oh, Mom. I know. I know. But you gotta be strong right now. I need you to be strong. Think about something else. Something hopeful. Like what? How about your walkie-talkie? Those pretend talks with your mom and dad. Don't those make you feel better? Sometimes. We're gonna get out, right? We found a way out. Noch nicht, aber wir kommen hier auf jeden Fall raus. So, liebe Freundinnen und Freunde. Ich würde sagen, mit dieser dramatischen Wendung, mit dem Tod von Larry, seinem sehr plötzlichen, seinem sehr drastischen Tod, sag ich mal, beenden wir auch an dieser Stelle die Folge. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Wir haben leider mit unserem Bauchgefühl recht behalten. Schauen wir mal, wie wir hier jetzt rauskommen, ohne weitere Verluste. Wie gesagt, Mark haben wir schon verloren, Levy haben wir verloren. Aber wir wussten, The Walking Dead ist nicht ohne. Dass da viel gestorben wird, war uns klar. Dass da viel dramatisch gestorben wird, war uns klar. Dass da viel, ja, viel Leid herrscht, viel Dramatik, war uns klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich sehr und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.